Die Kette hinten von dir, die ist echt stark. Die ist echt stark. Was, du furzt dir im Bett ins Gesicht. Jetzt ist die Frage, wie rum liegt ihr denn da, Alter? Die Kette hinten von dir, die ist echt stark. Das kann nur Daniel. Ich muss jetzt noch warten, bis der andere her ist. Das Problem ist, glaube ich, ich habe ihn nicht mal in meiner Freundesliste in Playstation. Ich muss mal gucken, ob ich den wirklich drin habe. Wollen wir mal kurz... Gucken... Ich wusste es, dass ich ihn nicht drin habe. Ich liebe das. Jetzt machen wir ihn mal nebenbei enden. Nein, fangen wir gleich schon falsch an. So... Was hat er denn für eine Nummer noch hinten dran? So... Haben wir ihm jetzt mal eine Einladung geschickt. Und dann machen wir das hin. So... Dann machen wir das hin. Dann machen wir das hin. Dann machen wir das hin. Dann machen wir das hin ... Dann brauchen wir das hin. Dann nehmen wir dein dro bajo auf jeden Moment. but ich habe ihn nie. So, da bin ich wieder. Zeigen. Willst du Tobi damit irgendwas sagen? Äh, Dankeschön. So, er ist auf jeden Fall geedit. Puh, wir können ja mal aktuelle Tabelle vorlesen. Ich bin ja mal nett. So, das wäre Platz 1 Manni, Platz 2 Thomas Adrian, Platz 3 Daniel, Platz 4 Tobi, Platz 5 ich, Platz 6 Mann. Mario und Platz 7 Sahne. Ja, aktuell ja. Ich auch. Deswegen bist du ja auch Platz 4 Mann. Aber Top-Reiter wie der Manni, wie im letzten Turnier schon mit. Ja, zum Glück reitet der Manni aber immer nur den Tobi. Weil Tobi spielt halt gerne die Frau. So. Hinten die Abwehr von Tobi ist heftig, ne? Ich hatte damit arge Probleme. Gegen wem spielt sie jetzt? Ah, man, man, man. Genau, und Manni hat Heimrecht. Wirklich, ne? Wirklich, unas Beide. Na? Ja, das geht. Ja, das geht. W Method 4 Manni hat. Aber hier, seit wir in Liga 4 aufgestiegen sind, ist kein Pro mehr gespielt worden, ne? Ich will schreiben LAD und mein Handy schlägt mir LSD vor. Hm, ist okay. Sollte ich mir jetzt mal Gedanken machen, Alter, ich glaub mein Handy ist süchtig. Man weiß ja auch nicht, was das Handy macht, wenn man schläft, ne? Bestimmt macht das hier im anderen Raum so Bondage-Partys oder sowas. So, dann spiele ich jetzt gegen Thomas. Ah, fuck. Glückwunsch. So, dann mal sehen. Auf geht's. Das Spiel ist angepfiffen, Deutschland hat angestoßen. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Bei Ihnen sieht es heute nach... Da kommt der Schuss! Der wär gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Und jetzt vielleicht die Chance gibt Ecke. Ah, von liebens Tor. Toll, das ruckelt. Oh! 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 Okay. Ich hab's jetzt in zwei Pasen hier von Jérôme Boateng. Jetzt geht ihr. Den Ball holt er sich. Vollkommen problemlos. özil jetzt gucke jetzt carrasco jetzt liegt vor allem an den kreativen hier mal nicht erzieht ab guter schuss knapp vorbei am tor carrasco jetzt hat man ein fehlpass griezmann verfickter fehlpass Alter, was soll das? Es ruckelt immer, wenn ich am Ball bin. Kimmich. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt Gündoer. Er schießt. Und dabei zur Stelle. Super Parade. Was mich halt ein bisschen nervt ist, dass ich... Ich am Ball und es ruckelt. Er am Ball nicht. Das nervt mich gerade. Thomas. Klasse Technik. Die DFB-Elf greift hier an. Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Jetzt die Flanke. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Gutes Zuspiel. Technisch anspruchsvoll gemacht. Juan Frani ist am Ball. Jetzt wieder Ballbesitz für die DFB-Auswahl. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ach, block doch mal. Genau. Wie wär's denn? Hm? Das könnte die Gelegenheit geben. Grießmann! Super Einsatz vom Torhüter. Oh, Neuer kann ja doch halten, ne? Und Avenico, jetzt mit der Ecke. Was denn? Godin! Ja. Ja.